Servus, Mario aus Thailand, Bangsaree. Heute vom Hotel Ban Bangsaree Resort Hotel, Leute. Und zwar, das befindet sich in Bangsaree. Hier sieht man eine Beschreibung. Die Zimmer kosten hier 1200 Baht mit Frühstück. Aber man kann natürlich dann auf der Webseite anrufen oder beziehungsweise eine E-Mail senden und sich vielleicht den Preis ausverhandeln. Hier ist die Lobby, sehr schön. Lobby, Rezeption. Dann geht es hier zum Swimmingpool. Hier geht es dann zum Swimmingpool, Leute. Open, 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Ja, auch okay. Hier für Kinder. Liegt in der Sonne. Da wird man schön braun. Ich sehe noch keine liegen. Schauen wir mal da raus. Snookertäbel, wie leert ist. Hier sieht man nochmal auf die Lobby runter. Hier sieht man nochmal auf den Swimmingpool. Okay. Schauen wir mal, ob wir Zimmer sehen. Hier kann man frühstücken. Hier drinnen ist das Frühstücksbuffet. Hier befindet sich dann das Frühstücksbuffet. Wie gesagt, von 6 Uhr bis 9 Uhr 30 Uhr gibt es Frühstücksbuffet. Frühstücksbuffet. Hier gibt es in den Shop. Hier gibt es in den Shop. Es hat low season. Ich kann nur einen Raum schauen, bitte. Nein. nicht? Nein. Ngon. Was ist das? Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Gegenüber befindet sich eine Bar. Die Poolbar Bangsore. Aber jetzt ist los season, Leute. Das merkt man. Da ist nicht viel los. Großer Komplex, ja. So, schauen wir vielleicht Zimmer, Zimmer. Es ist ein YouTube-Video. Es ist gut für viele Leute, die die Hotel-Hotel sind. Okay. Ja, Leute, wir können leider kein Zimmer besichtigen. Okay. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte. Es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid absolut mega spitze. Tschüss. Servus. Mario aus Thailand. Bangsore. Tschüss.